Aus dem Münsterland für die Energiewende Seit 2021 erfahren verschiedene Unternehmen und Verbände die Energiewende mit dem Rat. Auf unserem Weg sammeln wir Ideen und Eindrücke von den verschiedensten Energieprojekten und schreiben diese in das goldene Buch der Energiewende. Das Ziel unserer Reise ist es, dieses Buch an die Politik zu übergeben, um die Energiewende weiter voranzutreiben. 2021 fuhren wir bis nach Berlin, 2022 bis nach Düsseldorf und in diesem Jahr führt uns unsere Reise im Rahmen der Landtagswahlen in Hessen und Bayern quer durch Deutschland mit dem großen Finale am 2. September in Nürnberg. Sei auch du ein Teil von Energiewende erfahren und raten mit uns die ersten Kilometer am Sonntag, den 27. August ab B&W Energy in Heiden. Gemeinsam stark für die Energiewende. Alle Informationen zu diesem Event findet ihr wie immer auf der Webseite des LEENRW und in den sozialen Medien.